Implantologie Ein zahnarztliches Implantat maskiert das Fehlen eines Zähnes auf hervorragende Weise und rekonstruiert dessen natürliche Funktionen. Vor einer Implantationsbehandlung fertigen wir ein tomografisches Bild für den Patienten an, das eine detaillierte Planung der Behandlung ermöglicht. Den Einbau der Implantat führen wir auf dem modernsten auf dem Markt erhältlichen Zahnarztesel durch den Kaifoästhetiker. Vor der Behandlung wählt der Arzt mit dem Patienten das günstigste System von Implantaten aus. Die Implantatsbehandlung ist vollkommen schmerzlos und wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Auf Wunsch des Patienten kann die Implantatsbehandlung bei Vollnarkose durchgeführt werden, dank modernster Apparatur und unter Aufsicht einer Anästhesisten. Bei der zahnmedizinischen Behandlung mit Implantaten fertigen wir als einzige in Polen für unsere Kunden die individuell gefressten Verbindungsstücke der Implantate zum Preis von Standardverbindungsstücken an. Dank der individuellen Verbindungsstücke verlängert sich die Lebensdauer der Implantate um einiges und der Komfort ihrer Nutzung durch den Patienten sowie die Ästhetik des prothetischen Nachbaus ist erheblich grösser. Bei dem Kontrollenbesuch vor der Ausführung des Prothesenteils wird der Eingriffsbereich mit einem biostimulierenden Lasse bestrahlt, der die Regenerierung des Gewebes beschleunigt. Die Verheilungszeit eines Implantates beträgt 4-3 Monate, für den Unterkiefer, für den Oberkiefer dagegen 4-6 Monate. Während der nächsten vier Visiten führen unsere Fachärzte den Prothesenteil aus. Die auf das Implantat gesetzte Porzellankrone spiegelt auf perfekte Weise den natürlichen Zahn wider. Wir sorgen gemeinsam für Ihr schönes Lächeln.